Wenn du Broke Haven spielst, habe ich genau jetzt für dich den besten Till. Wenn du von einem Grundstück gebannt wurdest, zeige ich dir nun, wie du es trotzdem betreten kannst. Und diese Methode funktioniert zu 100%. Aber ich glaube, du hast dem Video noch kein Like und Abo gegeben mit deiner linken Hand. Wenn du es getan hast, bekommst du ein Herz in den Kommentaren. Als allererstes braucht ihr jemanden, der euch hilft? Euer Freund muss euch anklicken, bis dieses Menü hier kommt. Und dann muss er euch auf die Schulter nehmen. Sobald ihr auf den Schultern sitzt, könnt ihr easy hineinlaufen. Aber sobald ihr auf Springen klickt, werdet ihr rausgeworfen.